Parodontitis durch Mikroorganismen in der Zahnfleischtasche Forschern gelang es nun neue Mechanismen bei Entzündungen des Zahnhalteapparats zu entdecken. Das Mikrobiom in der Zahnfleischtasche spielt demnach eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Parodontitis. Parodontitis ist eine sehr weit verbreitete Infektionskrankheit von der in etwa 10% aller Menschen betroffen sind. Es handelt sich dabei um eine entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparats, Parodontium, die durch Bakterien im Biofilm der Zahnfleischtasche, Parodontaltasche, ausgelöst wird. Neben Karies ist Parodontitis die häufigste Ursache für Zahnverlust. Die Krankheit kann je nach Art der verursachenden Bakterien chronisch langsam oder auch akut und aggressiv verlaufen. Welche Rolle einzelne Bakterien in der Zahnfleischtasche bei einer Entzündung spielen und wie sie zusammenarbeiten haben nun Forscher des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, C. in Braunschweig untersucht. Analyse des Biofilms bei Mikroorganismen in den Zahntaschen handelt es sich um mehrere hundert Bakterienarten, die im Biofilm, Zahnplaket, eingebettet sind. Um die genaue Ursache für Parodontitis zu verstehen ist es notwendig die Aktivität des Biofilms zu analysieren. In der Studie wurden über 10 Millionen aktive Gene von Bakterien aus Zahnfleischtaschen untersucht. Dabei sequenzierten die Forscher nicht die Erbinformation, DNA, sondern die Messnerna beziehungsweise die Arbeitskopien der gesamten aktiven Gene aller Bakterienarten der Parodontaltasche. Die Ausprägungen der Gene, Gen-Expression, in Bakteriengemeinschaften wurden im Zuge der Untersuchung von Probanden mit Parodontitis mit denjenigen von gesunden Studienteilnehmern verglichen. Bislang dachte man, dass man lediglich die Leitkeime der Infektion ausschalten muss, um die Entzündung zu bekämpfen. Doch die Wissenschaftler konnten durch den Vergleich feststellen, dass sich ein typisches und als harmlos bekanntes Bakterium, Präferternicrescens, bei Parodontitis in ein sogenanntes Axessori-Pathogen verwandelt und den Wirt angreift. Zahlreiche Bakterien beteiligt im Zuge der Studie kam man zu den weiteren Erkenntnissen, dass das häufig vorkommende Bakterium Fuscaobacterium Nukleatum in der entzündeten Zahntasche nicht nur bei erkrankten Menschen Buttersäure produziert, sondern auch bei gesunden Menschen. Den Forschern zufolge ist jedoch eine Reihe von verschiedenen Bakterien bei der Entstehung von Parodontitis beteiligt, die vorher nicht mit der Erkrankung in Verbindung standen. Biomarker für Parodontitis entdeckt Den Wissenschaftlern ist es zudem gelungen, Biomarker für Parodontitis zu identifizieren. Dabei handelt es sich um charakteristische biologische Merkmale, die objektiv gemessen werden können. Sie fanden drei Gene, die regelmäßig eine hohe Genexpression zeigten, wenn Patienten von einer Entzündung des Zahnhalteapparates betroffen waren. Parodontitis könnte somit in Zukunft schon in einem früheren Stadium diagnostiziert werden und eine Therapie früher und erfolgreicher eingesetzt werden. Experte DDR Wolfgang Schlossarek sieht die Studie als vielversprechend, es bleibt abzuwarten, ob dieser vielversprechenden Studie weitere folgen werden, und es ist spannend, was die diversen Spezialabteilungen aus den Ergebnissen machen. Ob und wann die Testserienreife erlangen und was sie kosten werden. Auch ob dann der Therapieansatz eher Richtung Antibiotika gehen wird oder in einer eher chirurgischen Sanierung der Zahntaschen. Wichtig wäre die Bekämpfung der Parodontitis allemal, primär immer über den Ansatz einer verbesserten häuslichen Mundhygiene. Parodontitis ist unter anderem maßgeblich an der Entstehung von Diabetes, Frühgeburtlichkeit und diversen Gefäßerkrankungen beteiligt.